Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Sexten. Heute bin ich geschmacklich in Irland und habe einen Single Malt Whisky von der grünen Insel hier, der Sexten. Und die Flasche sieht gar nicht mal so unsexy aus. Gedrungen, schwer, schwarz, wertig, Totenkopf drauf mit dem Zylinder. Jawohl, das sind so Attribute. Spricht mich doch irgendwo an. Der Whisky ist nicht neu auf dem Markt, den gibt es schon viele Jahre. Ich hatte den, als er auf den Markt kam, schon mal im Glas gehabt. Und damals, als er rauskam, habe ich mir gedacht, naja, ist wieder so ein irischer Whisky, wo du nicht weißt, wo er her ist. Er trägt keine Altersangabe, hat die 40 Volumenprozente, eine schicke Flasche Ausstattung. Wieder so ein No-Name Whisky von der grünen Insel, wie so viele. Ja, brauchst du eigentlich nicht. Und da habe ich mich angefangen, intensiver mit dem zu beschäftigen. Dann hast du schon mal mehr Infos gefunden im Internet, nämlich, dass der vier Jahre alt ist. Steht so prominent auf dem Etikett nirgends drauf, aber in diversen Produkttexten in diesem Internet, da liest du, dass der vier Jahre in Oloroso-Sherryfässern reift. Und zwar die ganze Zeit. Also eine Vollreifung. Auch eine junge, ja, aber immerhin eine Oloroso-Sherryfass-Vollreifung mit 40 Volumenprozenten. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ein Triple Distilled Whisky. Und ich weiß noch, als ich damals bei Markteinführung recherchiert habe, stand irgendwo in irgendeiner Mitteilung, Pressemitteilung, so inkognito, das ist ein junger Buschmilz. Und die Info habe ich mittlerweile auch schon sehr, sehr oft gehört. Und das hat sich bei mir so im Kopf eingebrannt. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Er soll aus Nordirland stammen. Passt ja dann. Man sagt, es sei ein vier Jahre alter Buschmilz, ob es jetzt offiziell so ist, ich weiß es nicht. Also wenn es jemand ganz genau weiß, gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Letztendlich ist auch shit egal, wo der herkommt. Vier Jahre ist er alt, Oloroso-Fass vollgereift. 40 Volumenprozenten, gefärbt, kühl gefiltert, preislich Anfang 30 Euro. Schickes Fläschchen. Schauen wir mal, wie er riecht und wie er schmeckt. Die Flasche ist auf jeden Fall schon mal hübsch. Aber bei Gott, die Optik der Flasche ist nicht alles, ne? Jo, gut. Schauen wir mal. Triple Distilled. Also ich stelle mich auf einen milden Whisky ein, der vielleicht über die vier Jahre aufgeladen wurde mit Cherryfass, damit er adäquat was im Glas abgeht, seiner Linie treu bleibt, der irischen Linie. Treu bleibt mit 40 Volumenprozenten. Mal gucken. Verhältnismäßig süß ist er. Bisschen würzig ist er. Fruchtig ist er. Und das Cherryfass hat dem Whisky schon, auch wenn es nur vier Jahre Reifung waren, einen gewissen Stempel aufgedrückt. Aber jetzt nicht so einen im Sinne von klitschnassen Season Casks. Cherry erschlägt jungen Whisky? Ne, so ist es nicht. Also du riechst schon, es ist eine Cherryfass-Reifung, keine Bourbonfass-Reifung, weil einfach diese Fruchtigkeit über die wenigen Jahre inspiriert wurde vom Cherryfass. Du hast ja schon ein bisschen Anklänge von Trockenaprikose. Vielleicht auch ein bisschen Feige und Dattel. So alles marginal. An sich riechst du auch. Es ist ein Triple Distilled Whisky. Also ich würde behaupten, ich rieche raus, dass der dreifach destilliert ist, weil der Grundcharakter, dieses Grundrauschen einfach ein ganz, ganz zartes, mildes ist, auf das sich das Cherryfass sehr angenehm aufzwängt. So nenne ich es mal. Zwängen ist vielleicht das falsche Wort, weil das suggeriert, wie der draufgeballert, weil da gibt es so viele Whiskys. Du weißt, du willst was Junges abfüllen, komm, klitschnasses Sherryfass, drei, vier Jahre rein, let's go. Gibt es auch Fans für, ich bin da keiner, ich bin immer ein Fan von Ausgewogen zwischen Brennerei und Fasscharakter. Und es ist er, auch wenn er jung ist. Keine alkoholische Schärfe, keine Fehlnote. Du riechst, dass es ein junger Whisky ist, weil er keine Tiefe hat. Aber das, was er hat, finde ich jetzt ganz nett. In seiner Milde stimm ich. Bisschen süß, bisschen würzig, aber hauptsächlich süß. Über eine gewisse Malzaromatik, die hier drin ist, die so leichte Röstnoten hat. Und fruchtig süß. Trockenaprikose. Vielleicht ein bisschen Apfel, bisschen Birne. Aber das passt. Smoothest Teil. Ich finde es krass, dass der nach vier Jahren wirklich überhaupt nicht alkoholisch oder jung an sich riecht. Keine Tiefe, ja, aber ansonsten. Ist das sexy? Passt zum Namen, ne? Der riecht Sexton. Sehr süß. So ein bisschen Marshmallow süß. Getreidig süß. Röstnoten vom Getreide mit einer karamelligen Aromatik. Also wirklich sehr, sehr süß. Und dann setzt die Frucht ein, die jetzt auch nicht unbedingt nicht süß ist. Anklänge von Trockenaprikose. Also reife Birne. Hast du aber auch ein bisschen was Spritziges dabei. Von der Fruchtigkeit. Aztringierend. So ein grüner Apfel. Leicht jugendliche Noten auf der Zunge. Also du schmeckst auf jeden Fall deutlicher, dass er jünger ist, als das. Das riechst hinten raus, kommt die Eiche. Es wird tatsächlich, nach vier Jahren kommt ein bisschen Holz. Es wird leicht herb. Es wird leicht trocken. Es wird leicht bitter. Aber ganz im Ernst. Ich glaube, in der Blindverkostung, ich hätte ihm nicht nur vier Jahre gegeben. Ich hätte vielleicht gesagt, acht. Weil der ist für die vier Jahre, ist der schon, muss man sagen, echt gut gemacht. Dass auch so schön die Eiche kommt, die nicht erzwungen wirkt. Das passt so. Jetzt nach dem ersten Mal probieren. Jetzt würde es mal reinriechen. Ich kriege ein bisschen was Mineralisches. So als würde es einen Bleichtift spitzen. Das liegt aber marginal im Hintergrund. Gewürz wird ein bisschen stärker. Eiche wird ein bisschen stärker. Die hat so einen leicht trockenen Touch. Aber ganz im Ernst für vier Jahre. Aber ich finde es gut, dass wir es nicht auf dem Etikett kommunizieren. Weil ich finde, der riecht nicht nach vier Jahren. Da wäre vielleicht der eine oder andere bei Anfang 30 Euro abgeschreckt. Nur vier Jahre alt. Weil er deutlich älter riecht und schmeckt. Und deswegen hätte ich es auch nicht draufgeschrieben. Also wirklich sehr, 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 sehr süß. Marshmallow-mäßig. Getreidig süß. Geröstet süß. Karamellig. Und dann setzt die Frucht ein. Die Trockenaprikose deutet sich mal an. So die dunklen Trockenfrüchte à la feige Dattel habe ich jetzt auf der Zunge nicht. Aber es ist ein bisschen reife Birne da. Und eben der Kontrast, was die Fruchtigkeit betrifft. Dieses etwas säuerlich-spritzige. So ein grüner Apfel. Leichte Eiche. Bisschen nussig hinten raus. Aber du schmeckst einwandfrei, dass der in einem Sherry-Fass gereift ist. Über vier Jahre. Und das wird dem Whisky kein Mensch blind attestieren. Der schmeckt einfach älter und riecht auch älter. Von daher Anfang 30 Euro. Solides Teil. Er ist mild mit 40 Volumenprozenten. Zeigt aber durchaus was. Und der macht schon Spaß. Also wer den nicht kennt, der kann den gerne mal ausprobieren. Dann machst du nichts mit falsch. So ein Easy-Sipper. So ein Frühstücks-Whisky. Habt ihr den Sexton schon probiert? Ich würde mir mal wünschen. Ich würde mir echt mal wünschen, dass sie den vielleicht mal als 8-Jährigen rausbringen. Mit 43 oder 46 Volumenprozenten. Das wäre echt mal ein Schenkelklopper. Doppelt so alt. Ein bisschen mehr Alkohol. Da würdest du dann auch merken, was über die vielen Jahre im Sherry-Fass passiert. Vielleicht kommt da ja irgendwann noch was, was den betrifft. Warum nicht? Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020